Mein Liebling Mewi, bleib stets nur in Papis Nähe. Und will ein Mensch dir was zu Leide tun, tu ich ihm weh. Denn Papi liebt dich sehr. Seit sie auf der Welt ist, wollte ich mein kleines Mädchen beschützen. Also erschuf ich einen Ort, wo alle Monster sicher sein konnten. Vor denen! Menschen hassen uns, sie sind bösartig und sie sind sehr laut. Paps, hier sind alle steinalt. In 27. In 27. Ich will raus und die Welt sehen. Kleines, dafür bist du zu jung. Ich bin 118 Jahre alt. Nicht die Fledermaus-Schnutte-Zie. Das ist das Hotel Transylvanien und all unsere Monster-Freunde sind hier bei uns. Die Mumie. Wainwölfchen. Sieht ein bisschen übel aus da drin. Und Onkel Frank schlägt auch gleich auf. Zimmermädchen! Hallo? Ein Mensch! Wie haben Sie hierher gefunden? Ich war beim Bergstein und dann hat mir jemand von so einem Wahnsinnschloss erzählt. Und wo wir von Wahnsinn reden, dieses Umarm-Ding ist der Oberknaller. Und er ist die Wahnsinnskostüme. Jetzt bin ich auch ein Frankensteiner. Boah! Wie heißt du? Ich heiße Mavis. Dracos Tochter ist verliebt in... Eine Menschen! Ab in die Ecke! Du hast Auszeit! Ich bin erwachsen! Echt jetzt, Papst? Sie kommen mit uns! Ich bleib hier! No! Wieso tut mir das weh? Aus dem Weg, Opa! Klinge weg von meiner Tochter! Ich glaub, dein Vater fängt an mich zu machen! Nein! Hi! Verschlingle und komm nie wieder! Sekunde! Ich soll nie wieder ins Hotel kommen? Was? Ich hab doch dein Gedächtnis mit meinen Kräften gelöscht! Ich hab dir in die Augen gesehen! Vielleicht liegt's deine Kontaktlinsen! Deine was? Ich nehm sie mal schnell raus! Oh! Das ist ja wohl das Ekligste, was ich hier gesehen habe! Ja, gleich hab ich sie! Josen! Ich packe mich hinter dich, kein Bring dem Of Scenes T �otes!